Wir haben den Bericht zum Labeling jetzt seit ein paar Tagen vorliegen und gestern haben dann alle Schattenberichterstatter zusammengesessen, diskutiert. Der Berichterstatter hat lang und breit seinen Vorschlag vorgelegt, diesmal ungewöhnlich. Der hat den ganzen Vorschlag praktisch neu geschrieben und in der Debatte hat sich ergeben, dass wir, zumindest die meisten, die Schattenberichterstatter sind aus den anderen Fraktionen, die total umkehrt nicht mitmachen wollen. Wir haben den Zeitplan festgelegt, wie jetzt die Beratungen stattfinden und so wird dann in den nächsten Wochen die Änderungsanträge von allen Kollegen vorgetragen werden und dann wird man in die nächsten Schritte gehen. Also die Berichterstellung geht weiter.